Hallo ihr Lieben und willkommen zur vierten Folge von Close to the Action. Heute bin ich auf der Stuttgart Premiere von Nicht ohne uns und werde gleich mit Regisseurin Sigrid Klausmann und Produzent Walter Sittler sprechen. Der Film zeigt den Schulweg von 16 Kindern aus 15 Ländern und gibt ihnen eine Stimme. Kurz und knapp, worum geht es in Nicht ohne uns? In Nicht ohne uns lernen wir 16 Kinder aus 15 Ländern kennen. Und diese Kinder beschreiben ihr Leben, wo sie herkommen, mit wem sie leben, sprechen über ihre Ängste, ihre Träume und wir erfahren die Welt aus ihrer Sicht. Was natürlich etwas ganz besonders Spannendes ist, weil es nicht die Erwachsene Sicht ist, sondern eben die Sicht aus dieser Sicht dieser Kinder. Die sind so zwischen 10 und 12 Jahre alt. Und wir begleiten sie von zu Hause. Also wir leben, wie sie leben, mit wem sie leben und dann brechen sie auf zur Schule auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dabei schauen wir ihnen zu und lernen dabei die Welt kennen. Die Dreharbeiten haben ja in den unterschiedlichsten Ländern stattgefunden. Wie geht man daran? Wie findet man die Kinder? Wie findet man ihre Geschichten? Man findet die Geschichten auf ganz unterschiedliche Weise. Also ich recherchiere wie viele andere auch im Internet nach besonderen Schulwegen beispielsweise, weil die uns ja die Bilder liefern. Ich recherchiere nach bestimmten Themen und wir brauchen ja Kinder, die eine bestimmte Reise tatsächlich machen. Also wer um die Ecke zur Schule geht, wird in diesem Format nicht landen können. Oder wir geben Aufträge an Service-Produzenten, die dann für uns recherchieren und Casting machen. Die schauen dann selber, überlegen, an welchen Schulen hier in meiner Nähe gibt es Kinder, die einen weiten Weg haben. Und dann werden uns Kinder vorgestellt und dann lernen wir sie kennen, wenn wir vor Ort sind und entscheiden uns dann für ein Kind. Und ich als einer der beiden Produzenten, ich bin bei den Dreharbeiten leider nie dabei. Also ich habe heute Abend zum ersten Mal drei der Kinder persönlich kennengelernt, die ich seit Monaten und Jahren in den Filmen sehe. Das ist schon sehr erstaunlich und sehr schön, muss ich sagen. Gab es auch mal Gegenwind während den Dreharbeiten? Also wurde man zum Beispiel auch mal von einem Drehort verwiesen? Also ich erinnere die Geschichte, als wir in Argentinien gedreht haben, im Tigre-Delta. Dort wurde der Dreh vorbereitet von einer Assistentin und die das alles eigentlich auch gemanagt hat und geklärt hat offensichtlich. Und wir fahren dann den weiten Weg mit dem Schiff zwei Stunden da raus im Tigre-Delta zu der Schule und kommen da an und wollen eigentlich nur vorbereiten, dass wir am nächsten Tag da drehen wollen vor der Schule. Und dann sagt uns dort eine Lehrerin, sie sagt, hier zeigt mir ein DIN A4-Blatt mit vier Zeilen Maschinen geschrieben. Das ist der neueste Erlass. An keiner Schule in Argentinien darf überhaupt gedreht werden. So und dann stand ich da und dann haben wir aber natürlich argumentiert und auch vor allen Dingen meine Assistentin, die sehr gut Spanisch spricht, hat dann das Feuer oder das Eisen aus dem Feuer geholt, wie man so schön sagt. Und wir haben dann auch gesagt, okay, wenn wir hier nicht drehen dürfen, dann drehen wir das Reingehen in die Schule vom Fluss aus und würden dann am Ende eben auf einer Tafel schreiben, leider haben wir nicht die Erlaubnis bekommen, an der Schule das Hineingehen in die Schule zu drehen. Und ich glaube, das war ihnen dann doch sehr unangenehm, nachdem wir gesagt haben, dass wir in den Schulen in der Regel sehr willkommen sind, weil die Schulen stolz sind, dass ihr Kind sozusagen ihr Land vertritt. Also so sehen das die Menschen. Also ich habe nur eins erlebt, als Produzent passiert, die hat manchmal solche Sachen. Da rief die Lena Lucite, die in Afrika gedreht hat, wir haben ein Budget für bestimmte Zeit und sie rief an und sagte, ich werde nicht fertig. Und da habe ich gedacht, ich habe in Afrika gedreht, ich weiß, wer das ist. Und da habe ich ihr gesagt, egal, bleib, bis du fertig bist. Und dann funktioniert das auch. Also man muss da, selbst wenn Schwierigkeiten sind, die sind dazu da, dass man sie überwindet. Das klappt auch meistens. Eine Geschichte, die besonders schockiert, ist die von Alfusin von der Elfenbeinküste. Ihre Mutter ist tot, ihren Vater kennt sie nicht. Sie darf nicht zur Schule gehen und wird von ihrer Großmutter geschlagen. Wenn einem ein Kind so eine Geschichte erzählt, wie schafft man es dann, sie in dieser Umgebung und bei dieser Familie zurückzulassen? Das betrifft ja nicht nur die Alfusin. Das betrifft ja nicht alle Kinder, die in schwierigen Umständen leben. Und wenn man ein empathischer Mensch ist, dann würde man natürlich am liebsten irgendwas initiieren, denen helfen. Und vor diesem Problem stehen Dokumentarfilme eigentlich, die in armen Ländern drehen, grundsätzlich. Und da muss man sehr gut aufpassen. Man muss einen Schritt zurücktreten. Und was wir machen können, ist, den Kindern für die Zeit, wo wir da sind, ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Und dadurch, dass unser Projekt ja auch auf einer Website und der interaktiven Internetplattform präsent ist, können viele Menschen von diesen Geschichten erfahren. Und es gibt ja viele Schulen, die ja soziale Projekte machen beispielsweise. Und es ist jedem freigestellt zu sagen, okay, mit der Schule von Ludnico im Township, er ist ja HIV-positiv beispielsweise, starten wir eine Kooperation und machen Aktionen an Advent. Also ich glaube, wir bieten eine gute Grundlage. Wir bieten das Material und viele können etwas damit machen. Aber man selber als Dokumentarfilmer kann es nicht leisten, zu sagen, okay, ich rette die Welt. Also ich wollte ja auch sagen, was wir tun, ist, wir werfen einen Stein ins Wasser und hoffen, dass die Wellen an fruchtbare Hufe ankommen. Und vielleicht passiert es auch im Nachhinein, dass die Jugendlichen und Kinder, die das jetzt sehen, später anders handeln, als im Moment leider weltweit gehandelt wird, weil es gibt ja über 100 Millionen Kinder, die überhaupt nicht zur Schule dürfen. Über 100 Millionen. Das muss man sich vorstellen. Das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Und das ist genau ein Punkt, vielleicht können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Das wäre schön. Die Sicht in die Welt und das Wissen um die Welt und das Wissen, was wichtig ist, das ist sehr viel früher. Und wir täten gut daran, das wahrzunehmen, weil die Kinder sind so eine feine Membran für das, was in der Welt passiert. Und die sagen das ganz offen und ohne, blubbern nicht rum und wollen auch kein Mitleid. Sondern wir sagen, das ist so. Und wenn man das dann anschaut, denkt man, ja, stimmt eigentlich. Ärgerlich, dass es so ist, aber es ist so. Gab es so ein Erlebnis in dieser wahrscheinlich sehr intensiven Drehzeit oder auch in der Zeit danach, was euch nicht mehr aus dem Kopf gehen wird, wo ihr sagt, das werden wir wahrscheinlich nie vergessen, weil das so unglaublich intensiv war? Intensiv ist in der Tat jeder Dreh, egal wo. In der Schweiz, in Österreich, ich meine, da war ich mit zwei Kameraleuten auf dem Feuerkugel. Der eine war mit dem Snowboard unterwegs und der andere auf Skiern mit der Kamera an 50 Grad steilen Buckelpiste runter und präpariert. Das ist auch seine Weise. Aber mit jedem einzelnen Kind gehe ich in dieser kurzen Zeit auch eine Beziehung ein. Und die bleibt irgendwie auch. Und klar ist es ein Eindruck, wenn ich in eine Welt gehe, die für mich fremd ist, Jordanien beispielsweise, zu erleben, wie diese jordanische Bedouinen-Familie lebt. In diesem Zelt, in diesem etwas, was sie Küche nennen, ohne Toilette. Das ist etwas, was erstmal für mich völlig neu ist. Aber es dauert nicht lange. Und ich fühle mich wohl in dieser Umgebung. Ich spreche mit einer Mutter. Ich bin selber Mutter. Wir trinken zusammen Ziegenjoghurt selbstgemachten. Rauchen eine selbstgedrehte Zigarette. Der Tabak wächst vorm Zelt. Das ist so, da taucht man ein in eine Welt, die ich persönlich wunderbar, also wunderbar nicht im Sinne, dass alles toll ist, sondern in der ich mich sehr oft auch sehr wohl fühle. Alle Familien haben eigentlich irgendwie auch so eine Atmosphäre, die da geschaffen ist, wo viele Kinder sind beispielsweise. Und dann gehe ich hin und denke immer, hier ist es ein guter Ort. Und also was von außen passiert, weil ich bin ja nicht dabei, aber dann sieht man diese Kinder immer wieder auch in den Porträts. Und wir sind so, man guckt so ein bisschen runter auf die Kinder, die können ja noch nicht viel und so. Aber man stellt fest, sie können sehr viel. Und der Respekt wächst einfach. Und man kommt darauf, dass man sagt, so wie wir leben, ist okay, aber so wie die leben auch. Also es ist nicht so, dass wir das goldene Kalb sind oder wir sind das Paradies. Das sind wir nämlich nicht. Sondern es ist gut, wie wir leben. Aber man kann es auch anders machen. Und genau das ist einer der Ziele gewesen von Anfang an, dass man die Kinder anders anschaut und sieht, wie wichtig die sind, weil die müssen den Laden schmeißen, die sie groß sind. Was für Reaktionen habt ihr bis jetzt von den Zuschauern erfahren, die den Film schon gesehen haben? Mit einer Reaktion, die sagen, also der Film kommt genau zur richtigen Zeit. Und sie sind sehr berührt davon, auch speziell dann von Alfonsin, dass sie nicht zur Schule gehen können und wie stark diese Kinder sind. Und die Jugendlichen sagen dann, viele finden den Film schön, da dürfen ja Kinder reden. Offen und ehrlich die Wahrheit sagen, weil kein Erwachsenerquatsch dazwischen. Es gibt keinen Kommentar, es gibt nichts. Es gibt mal eine Mutter, die guten Morgen sagt oder ein Vater, das war es aber schon. Und das sind sie nicht gewohnt und das ist für sie sehr besonders. Und ich dachte mir, was soll das heißen, da dürfen Kinder offen und ehrlich reden. Dürft ihr das nicht? Ja, offensichtlich nicht. Und das ist nicht gut. Das sollten wir dringend ändern. Wir sollten überhaupt alle offen reden miteinander. Nicht rechthaberisch, so wie es häufig ist, sondern einfach offen, damit man auch erfährt, was der andere denkt. Das ist ganz wichtig. Und das Schönste, was wir, oder mit der schönsten Augenblicke, die wir hatten, ist, als die Kinder der Jury beim Golden Spatz, da haben wir den ersten Preis bekommen, also in ihrer Begründung gesagt haben, wir glauben und hoffen, dass dieser Film etwas auf der Erde bewegen wird. Das ist der Grund, warum wir genau diesem Film den Preis geben. Und habt ihr denn noch so Kontakt zu den Kindern? Wie geht es ihnen heute? Drei sind ja heute auch bei der Premiere. Was erzählen die? Wie ist es ihnen ergangen seit den Dreharbeiten? So ganz genau weiß ich das nicht. Ich hatte die Freude, mit Rebecca nochmal einen Tag zu drehen, weil die Blindenschule, auf die sie geht, die hatten dann aufgrund des Filmergebnisses, wollten die dann, dass ich ein erweitertes Porträt von ihr drehe. Und da bin ich ja nochmal einen Tag in die Schweiz. Das war dann ein Jahr nach den Dreharbeiten. Da hatte sie sich auch schon verändert, weil in dem Alter, zwölf, dreizehn, wird sie zum Teenager. Ich weiß, dass es den Kindern gut geht. Der Enjo, habe ich erfahren, der macht ganz viel Cross-Country-Lauf, also ganz viel Sport. Der Vincent, der war neulich wieder gefangen auf dem Feuerkugel, oben beim Sturm, 160 kmh. Weil wenn man die drei anschaut, die leben ja doch dennoch in ihrer Welt, in einer guten Welt, in guten Familien. Ich habe noch ein bisschen Kontakt zu SAI in den USA, eben zu Kindern, die auch meine Sprache sprechen oder Englisch sprechen, was ich eben auch kann. Und die ist auch dieser, wenn sie von sich sagt, ich habe eine Leidenschaft für Wissen, dann wenn es auf jemanden zutrifft, dann auf die SAI. Viele Kinder äußern im Film auch den Berufswunsch Polizist, damit sie die ganzen Bösen verhaften können. Sie reden über Themen wie Bildung, Krieg, Umweltkatastrophen, allgemein der Klimawandel und hören sich dabei unglaublich weise an. Macht es einem so ein bisschen Mut, dass vielleicht die nachfolgende Generation, die Fehler, die jetzt von dieser Generation begangen werden, dass die diese Fehler ausbügeln können? Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Und in unserem Land kann man dazu beitragen, indem man die Kinder das werden lässt, was sie schon sind. Und sie nicht durch irgendwelche Schablonen durchdrückt, damit sie dann in irgendwelche Wirtschaftszweige passen, sondern die passen dann schon. Aber sie müssen selbstständig werden. Sie müssen selbstständig denken dürfen und den Mut haben, das auch zu tun. Und da muss man ihnen dabei helfen. Und wenn wir das tun, glaube ich, könnte es funktionieren. Es ist noch ein weiter Weg. Und es gibt auch in anderen Ländern Leute, die das versuchen. Es gibt Länder, die haben es sehr viel schwerer. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht Kind in der Türkei sein, weil es islamistisch wird. Und wenn man eine Sache sagt, das ist die einzig richtige, es ist egal welcher jetzt, dann geht es schief. Man muss gucken, es gibt viele Möglichkeiten zu leben, zu denken, auch Religion zu haben, es gibt viele. Und alle, die friedlich sind, sind in Ordnung. Und keine ist besser als die anderen. Und das ist etwas, wo wir unseren kleinen Beitrag leisten wollen. Und die Kinder, das ist auffallend, die wollen alle, wenn man sie nach ihrer Zukunft fragt, etwas in ihrer Gesellschaft mitgestalten und auch verändern, wenn es etwas gibt, was ihnen missfällt. Wie zum Beispiel Sanjana in Indien, die im Rotlichtviertel aufwächst. Sie möchte etwas verändern in ihrem Viertel. Und das wollen Kinder, die wollen auch bleiben. Die wollen nicht auswandern. Die wollen bleiben und selber etwas beitragen. Dann habe ich jetzt noch einige Fanfragen für euch. Die Zuschauer von Close to the Action hatten nämlich wieder die Chance, Fragen einzusenden. Und es kamen auch welche. Und die erste Frage lautet, wie lange habt ihr für den Film gedreht? Dieser Film unterscheidet sich ja von anderen Filmen, wo man sagt, ich mache einen Film und dann habe ich diese Drehzeit. Sondern wir brauchen für ein Porträt ungefähr eine Woche. Da sind aber die Vorbereitungen zu Hause, die Recherche im Internet und so, das ist dann nicht mitgezählt. Und auch die Postproduktion ist nicht dabei. Also um nur einen Film zu drehen vor Ort, sind wir ungefähr eine Woche da. Fünf Tage bis eine Woche. Dann kommt die Postproduktion dazu. Also wenn man jetzt addiert, 16 Kinder mal eine Woche sind es 16 Wochen. Aber ich habe mal drei, es sind 48 und ich habe quasi das gesamte Jahr 2015, ich habe im Februar angefangen, den Schnitt vorzubereiten. Mir standen 23 Porträts zur Verfügung. Elf davon waren meine eigenen, die ich selber gedreht habe. Und aus diesen 23 Kleinprojekten ein großes zu machen, war eine Riesenherausforderung. Und die habe ich mit meinem wunderbaren Cutter-Henk-Drehs gelöst. Und das hat letztlich gedauert dann bis Ende des Jahres, bis die Filmmusik da war, bis der Schnitt fertig war, bis das Sounddesign, das Colorgrading, ihr kennt das alles, ja. Reine Arbeitszeit an dem Film, nackte Arbeitszeit ohne Investing und Finanzierung, zwei Jahre. Und wenn wir alles zusammenzählen, vier. Die nächste Frage lautet, was hat euch dazu bewegt, dieses Projekt zu verwirklichen? Also die ursprüngliche Idee war von mir, dass man, um eine freundlichere und direkte Sicht auf die Kinder zu haben, dass man die Kinder der Welt auf dem Schulweg begleitet. Das war 2008, hatte ich die Idee. Und dann habe ich Silke davon erzählt, sie fand das gut und haben einen Produzenten in Köln gefunden, den Gerhard Schmidt, ganz wunderbar. Der fand das auch, gesagt, wir machen das. Und dann haben wir auf Anraten des ZDF die ersten drei Filme gemacht. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Schulwege sind schön, aber das, was die Kinder sagen, das muss das Zentrum werden. Und das hat sie gemacht, das hat sie auch herausgefunden letztlich. Und deswegen sind diese beiden Interviews, die zu Beginn und Ende des Drehs gemacht werden, das Zentrum des Films geworden. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wann werdet ihr die Dreharbeiten für 199 kleine Helden fortsetzen und wie sehen eure Pläne für die Fortsetzung aus? Also wir sind dabei, die nächsten zehn Filme zu finanzieren, mit Filmförderung und Curl Investing und bitten um Spenden. Wobei wir keine Spendenbescheinigung ausstellen können, sondern man muss einfach es geben, weil wir nicht, also das Finanzamt ist so. Und wir fangen an, sobald wir es finanziert haben. Und dann hoffen wir, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, dass das losgeht. Und dann werden wir sicher ein paar Monate brauchen, bis es soweit ist. Und dann hoffen wir, dass wir durch den Kinofilm und durch die Kurzfilme, die dann in Schulen gezeigt werden, dass wir Lizenzen verkaufen können. Internationalen Verkauf hat es auch schon gegeben. In verschiedenen Ländern gibt es die Kurzfilme auch schon, dass wir damit Geld generieren können, um weiterzumachen, bis wir die 199 voll haben. Aber das kann natürlich noch viele Jahre dauern. Je nachdem, wenn wir den Sponsor finden, dann sind wir in fünf Jahren fertig. Aber ohne den dauert es länger. Und ich würde noch gerne ergänzen, inhaltlich, das ist ja auch so meine Zuständigkeit, dass wir drei neue Schwerpunkte im Interview dazunehmen. Und zwar ist das das Thema Religion, das globale Thema Wasser mit all seinen Facetten und das Thema Gleichberechtigung.